Fassen in einer Oberpfälzer Disco. Oberpfalz TV rief und über 600 kamen zur Megaparty. Ein Abend mit Überraschungen, viel Musik und tollen Gewinnen sollte es werden. Die gesamte Veranstaltung wurde aufgezeichnet und wird an Silvester ausgestrahlt. Wochenlange Vorbereitung und großer Aufwand waren die Voraussetzung für diesen Abend. Willkommen bei der Oberpfalz TV Megaparty in der Diskothek Silvermoon. In Wiesau, Applaus! Drei Traumreisen nach New York winkten den Gästen. Wer aus den vielen Luftballons über der Tanzfläche das OTV-Maskottchen Lucky herausfischen konnte, der durfte in die USA. New York! Alle blicken gebannt an die Decke. Wie heißt du? Holger. Nochmal? Holger. Und so schaut er aus, der Holger. Wer nimmst du denn mit nach New York? Mal schauen. Bist du noch Solo? Freilich. Also Leute, hier steht er! Gewinnen kann halt leider immer nur einer. Nächster Höhepunkt bei der Megaparty Dancefloor Music live on stage. Hier sind sie, die Jungs von Passepartout. Die fünf Jungs aus dem Ruhrgebiet sind auf dem besten Weg, eine der angesagten Bands bei den Jugendlichen zu werden. Gleich danach ein Wissensquiz nach dem K.O.-System. Der Sieger durfte auch hier nach New York. Was Gewinner herkommen, denn diese drei Herrschaften stehen jetzt ganz... Nenne mir zwei Moderatoren von Oberpfalz TV. Nicht gewusst, machte nichts. Zu guter Letzt gewann er das Wissensspiel Dorfmoff. Er fliegt zu zweit nach New York. Und weiter ging der Abend. Damit die Tanzfläche nicht abkühlte, gab's Musik für alle. Und falls es wieder mal wärmer wird, kann man T-Shirts gebrauchen. OTV-T-Shirts. Und komm, wir haben noch ein paar. Ist doch nicht so. Wir haben noch ein paar. Wir haben noch mehr. Hey, und eins, zwei, drei. Damit neigte sich die Oberpfalz TV-Party ganz langsam ihrem Ende zu. Ganz langsam, denn es gab ja immer noch eine Reise zu gewinnen. New York für zwei. Die letzte Chance für einen kostenlosen Trip in die Staaten. Ein Griff in die Lostrommel. Siegfried. Heißt jemand Siegfried und ist aus Waldsassen. Und zwar mit Nachnamen Siegfried Achatz. Siegfried Achatz. Jawohl. Der ist da, da hinten ist er. Applaus. Hey, Siegfried. Damit war denn auch die dritte Traumreise nach New York weg und die Party ging zu Ende. Das heißt, das Programm war zu Ende. Gefeiert wurde noch viel länger.